eine woche lang verschwunden spurlos spurlos verschwunden der wohl größte vermissten fall der welt taucht ab taucht nie wieder auf niemand weiß was geschehen ist ansonsten hat man überhaupt keine informationen oh kusen was geht assalamu alikum was geht was geht wie geht wala kusen was geht wala man lebt 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 wie gehts euch jungs ja alhamdulillah bruder mach Tabak rein bruder gib mir auch was hier bruder jungs bruder rabatana hat kurz aufgehört ihr fangt schon an zu kiffern letztes Mal klub und so bruder ich ging auf du kleiner Haut nein du 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 guck gar nicht nach rechts du wala der ist der größte hund der ist immer klub der nimmt immer die weiber mit ja sogar er nimmt immer die weiber das sind solche shayas ne fast rum das ist ein mensch das ist ein mensch nicht mal eine lässt er übrig bruder du isst doch eigentlich Kinder dahinten sind doch Kinder bist du auf äh Diät oder was bruder ich muss ein bisschen abnehmen ja du weißt doch bruder ja kennst du backrooms wer sind die entity was für backrooms chill lass doch mal die Kinder anruhe ist doch okay was für backrooms geht doch mal weg jetzt Mann was redest du hier jungs alles gut chill was labert hier mit backrooms was für backrooms was ist das Büroräume Digga und was laberst du okay und was soll backrooms sein was passiert denn bei backrooms da gibt es so die töten dich da ach das ist ein spiel nein nein das gibt es wirklich während du versuchst raus zu gehen das ist so ein riesen level rennen praktisch kass 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 oder man hat die aber gelb die gerade in tom die gerade in tom sind die ja tamam geh mal weiter jetzt mach dir nicht wichtig vor den Leuten und tamam der hat Ahnung der hat Ahnung vom backrooms halt deine fresse jetzt wer bist ich ey bruder aber denkt ihr diese diese backrooms stimmt bruder diese scheiße bruder ich weiß was kann nix erzählen ich hab schon mal so gehört aber kein nix erzähl nur scheiße ja ich dachte das stimmt Kindergarten geschichten ja aber die Kinder wissen die Geschichten bruder die übertreiben auch die übertreiben auch bruder backrooms was ist denn backrooms bruder das gibt es nicht wartet mal Jungs du würdest mich doch verarschen ihr unterhaltet euch über backrooms was soll denn backrooms sein ihr habt euch doch gerade über backrooms unterhalten ihr müsst doch wissen was es ist wenn ihr euch über sowas unterhält irgend so ne Kinderkacke Kinderkacke verdammte scheiße ich beschäftige mich mein ganzes leben damit und du sagst Kinderkacke willst du uns sagen wir fallen einfach so nach unten könnte passieren wenn ich einen ja so einen Zauberspruch erwähne dann könnte das passieren Schreck was labert dich du hast mein ganzes leben lang studiert du hast Psychiatrie ausgebrochen oder so ey mein Onkel geh mal weiter ich war da selbst schon einmal in diesen backrooms oh look tamam tamam yalla geh mal weiter mach mal hier nicht noch wichtig ruf gleich Polizei geh mal weg jetzt ihr werdet noch sehen ihr werdet noch sehen verdammte scheiße auf jeden Fall Bruder ich hab diese Kari gesagt geh weg ich will mit dir nichts zu tun haben weißt du auf einmal Bruder die macht Probleme normal normal wo ist Achmed sag dir die ist nicht gut für dich Bruder wo ist Achmed alle sind gleich Bruder wo ist Achmed stimmt ne ey der hat sich safe wieder eine Kari geklärt ja ich schwöre Bruder in im Park im Park Bruder du weißt wie das mit dem ist der nimmt jede die er kriegen kann der ist bestimmt schon zuhause der Hund halt die Jungs lass rein oh oder endlich zuhause ja jalla ja Achmed Achmed Jungs setzt euch hin jalla ich bin kaputt ja Bruder was zwinkerst du mir rüber was ist los mit dir ey mach mal andere Kanal du guckst seit 10 Jahren Kinderserie Bruder reicht doch Jani lass doch mal Nachrichten gucken das ist ein Bild das ist ein Bild das ist wirklich ein Bild das ist gar kein Fernseher warte mal an dann hat der mich verarscht von dem Mediamarkt warte mal Mann das ist ja wirklich ein Bild das ist gar kein Fernseher wo ist Achmed Bruder wo ist der ich dachte der ist nach Hause gekommen Jungs such den mal wo ist der denn guck mal guck mal in Küche Bruder Achmed Achmed ey Bruder ich dachte du hast scheiße Bruder das ist ein Affe ich bin's Farid ja ja geht mal runter was macht der ja Bruder das ist ein Affe willst du mich verarschen Junge du kannst doch nicht mit Affe zusammen sein Bruder was machst du denn Bruder was machst du denn lass mich noch in Ruhe Junge was ist dein Problem Alter geht da nicht mehr rein der ist krank der ist krank ey Bruder Bruder ich hab nicht damit gerechnet ich fass es nicht warte ich mach eine Sache warte mal warte seid leise ich mach jetzt was kannst du doch damit ficken kannst du Handtücher mitnehmen Bruder ich hab nicht mehr was ist dein Problem komm wo hast du Affe geklärt im Park er war alleine er war alleine er bräuchte jemanden ich hoffe ihn da verstehst du verdammte Scheiße verstehst du jetzt ja ok halt ihr verpisst euch man ich komm hier nicht mehr rein macht Licht aus und tschüss wir gehen danach Sauna Club habt ihr habt ihr geholt habt ihr Geld dabei ja ich muss ein bisschen meine Mutter fragen kannst du Handtücher mitnehmen für mich Bruder ich hab jetzt nicht zufällig was war das ey nein Jungs das ist dieser Typ schon wieder ja kommt da her ey der ist schon wieder ja was los ich hab euch gesagt ich komme wieder was ist was willst du aber ich komme nicht im guten Sinne ich komme im schlechten Sinne verdammte Scheiße das werdet ihr jetzt sehen ey Pambuk wo ihr gehen oh mach der erweckt der Dschinn der ist der dumm meine Katze ist geschockt Bruder meine Katze ist geschockt verpiss dich mal wieder setzt euch mal hin wir müssen reden reicht was jetzt auch noch du jetzt auch noch du ey der kommt hierher der weiß wo ich wohne er sagt er macht einen Fluch er hat Fluch gemacht er labert was von Backrooms Bruder was ist diese Backrooms es gibt kein Backrooms seid ihr Kinder hört ihr das Jungs hört ihr das ja ja ne ist ja ne ist ey das wo ist das hier der lass den mal klatschen lass den mal klatschen wala du kleiner hier hier geht mal drauf geht auf den drauf der rennt weg der rennt weg du kleiner Mann ja holt den euch du bitch Jungs Backrooms gibt es nicht fertig aus lass pennen gehen Jalla Jungs Jungs mir geht es nicht gut ich will irgendwas Angst an Hä was zum Bruder mir geht es auch nicht gut was ist los was ist los ich weiß auch nicht ah ich bekomme Kopfschmerzen Bruder was bekomme Kopfschmerzen natürlich wenn du mit Apfel fickst Bruder mir geht es wirklich nicht gut ja ne ich scheiß auf den Affen Bruder mir geht es nicht gut ja ne was ist los Bruder nicht was ist los ah 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 oh Bruder mir ah 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 fang mir nicht an mit dem Scheiß ah ah wo bin ich rauf wach auf hallo wach auf Junge wach auf Junge komm zu dir komm zu dir komm zu dir komm zu dir Alter was los ja wir haben Scheiße geboren Junge es ist Scheiße passiert Digga wach auf Mann Ahmet steh mal auf Achmet Achmet steh auf steh auf äh Jungs wo bin ich ja pscht pscht wartet oh mein Gott wir sind in den beschissenen Backrooms wir kommen hier nie wieder raus nein Junge was macht der ja der hatte Recht der hatte Kassezeit der hatte Kassezeit alles wegen dir alles nein deine Schuld deine Schuld wir wären lange Shisha Bar gewesen du hast mit Affen was zu tun gehabt deswegen waren wir noch im Haus es ist deine Schuld du Honto was war das da war was ich schwöre da war was hey da ist was hey chill bleib zusammen bleib zusammen bleib zusammen oh mein Gott ja lass da lang gehen da steht doch Feier Exit jalla hier lang hier lang da ist Licht Jungs 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 da da nein nicht da lang komm her der ist von da gegangen wir gehen da lang wir gehen da lang Jungs kommt doch mal her jetzt habt ihr mich gefickt jalla oh oh ey wir gehen wir kommen hier raus das ist ein unsichtbar was ist das für ein Raum Bruder wo sind wir hier ey ich hab Angst alleine komm ah warte mal warte mal warte mal Bruder komm komm weg Jungs da steht was ey das steht an AAAAAAAA Lauf 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 er ist er weg er ist mit einem Mann er kommt er kommt er kommt er kommt stopp warte mal Jungs das ging alles so schlecht ey Jungs ich will noch einmal Shisha wachen ich fick deine Shisha und wegen dir sitzen wir auch hier drin ich hab doch gar nichts gemacht Junge alles gut jalla kommt mit seid keine Kinder ja alles gut ich kenn das hier wie laufen wir im Kreis wie laufen wir im Kreis was ist denn da Bruder da ist ein Büro da ist ein Büro Jungs Büro wo das könnte uns vielleicht weiterhelfen ey er hat recht komm mal her komm mal her komm doch mal her Bruder du bist doch Mann du wolltest doch Schlickerei anfangen letztes Mal bei Club komm mal her du gehst jetzt vor alle okay Jungs okay Jungs also du gehst vor aber ich mach's nicht vor ich mach's nur für die Chiles ey Jungs was habt ihr eigentlich fack's nicht vor oh mein Gott Digga was denn hä was denn was ist das für ein Ort Mann oh mein Gott das ist unendlich Jungs was zum Teufel macht der da lauf mal weiter lauf mal weiter ey Jungs es ist mir scheißegal ich geh nicht weiter einer von euch geht du 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 nein du was war das letzte Mal Bruder ich hab kein Geld ich hab kein Geld ich hab kein Geld diesmal sollen wir auf dich gehen McDonalds he okay Jalla lauf du gehst vor lauf lauf ich trau mich nicht ja alles gut oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott hallo vielleicht ist da ja ein Durchgang kommt mit Jungs okay Jungs weiter weiter Jalla wir kommen hier bald raus wir kommen hier bald raus Jungs es ist vorbei voila wenn ich zuhause bin Bruder ich geh erstmal dick essen geh mal rein Bruder hast du dich ca fürn Raum die Tür ist da oben Bruder za Alien oh damalsActiva oh mein Gott waah lea loses iaa wo zum teufel sind wir Er kommt aus dem Stuhl an der Decke einfach. Ey, ich will hier raus. Da hinten, da ist Spongebob seine Leiche. Er liegt da tot. Komm, wir gehen weiter. Achmed, Bruder. Wir sind wieder am Anfang, ja? Ohlum, nein. Mach die Scheiß-Tür auf. Hey. Bruder, wir kommen hier nicht mehr raus, ja? Ohlum, sag das nicht. Arme nach Rot um den Schojo. Ey, Bruder, ich will noch einmal an der Schichter rauchen, ja? Kleiner Gottdoser, du Hund. Ich weiß, du Adanatella willst, aber ich auch. Wir kommen hier raus. Lauf vor, wir gehen da lang. Lauf vor. Oder ich schon wieder? Lauf vor, lauf vor. Ja, okay, Mann. Guck nicht so dumm und lauf. Wir kommen hier raus, solange wir noch können. Was zum? Komm her. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Allah, mir ja Rabbi, mir ja Resulallah. Fuck. Fuck. Allah. Oh mein Gott, wo bin ich? Hilfe. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist sich immer alle tot. Ist hier jemand? Du. Herzlichen Glückwunsch. Du bist wohl der Einzige, der es geschafft hat. Hol mich hier raus. Ich habe dir gesagt, dass es kein Kinderspiel ist. Es ist eine ernste Sache. Okay, ich glaube dir. Tamam, hol mich hier wieder raus. Glaubst du mir denn wirklich? Ja, ja. Kann ich dich wirklich wieder hier rausholen? Ja. Ich könnte dich für immer hier drinnen lassen. Nein. Okay. Okay, okay. Ich hole dich hier raus. Shalibunani. Was jetzt? Jetzt kommt ein Officer, der mich wegbringt und dich wieder in die Nomade wegbringt. Soll ich da hin? Ja, der sollte eigentlich von selbst kommen. Aber eigentlich sieht er gar nicht so aus. Ich gehe mal zu ihm hin. Ey, Officer. Bringst du ihn zurück? Scheiße, wie siehst du denn aus? Aha. Nein, nicht nicht. Tanzen kann er. Was zum? Oh mein Gott! Boah, boah! Das ist gekommen. Gez jung, Babich. Oh есть. Oh mein Gott! Oh mein Gott!